dann kannst du es auf jeden fall haben ja nee was ich dir aber auch anbieten kann ist wenn du noch eine produktion haben willst ich weiß ja nicht weil ich habe mir so gedacht wenn horst spät darauf kommt dass der sich die mühle nimmt so der packt da nur die finger rein nein er kann einmal die normale weizen zum mehl verarbeiten und er kann dort aber auch gestreiten schrot produzieren aber auch aus mehl wieder getreide machen zum beispiel als brot veräußern oder so mit außer wenn horst gute puzzeln ist kann man vielleicht hätte vielleicht so wie gesagt die dünge fabrik also die dünge herstellung gehört mir da und auch saatgut herstellt dann kriegt er dann von mir geliefert ich brauche halt bloß ab und zu mal ein paar rohstoffe dafür ja ja alles gut und auch die kalkmine gehört mir die ganze kalkmine das monopole langsam muss ich jedes kartellamt einschalten dann alles gut warum machte das wieder nicht so wenn wir mal ins herr wechsel hier die dame steht sagt die was don't touch it sonst klatscht ok nicht aber die sonnenbrille können sie hier im laden ruhig ausziehen jetzt noch der erste tag ist gut war das denn wir hatten stimmt ja was kann er der schwere und hat ok nebenher ist gut musst du nur gerade mal gucken weil er zeigt mir die eine neue map das spiele habe ich wieder zweistellige ich muss nur gerade mal zweistellige aufrufen ich auch komischerweise manches zum beispiel komischerweise macht mir richtig spaß aber da habe ich nur einstellig also ist da die eine neue map das spiele so also wir sind eh schon bei mir sind wir eh schon live ja herzlich willkommen also wir sind eh schon saniert ja herzlich willkommen ja herzlich willkommen wo war denn das ist wieder zum mod? Frau Spiegel war's? ne 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 aufs Tschüss Schaht ne schaht eh herr sie ist da meine auch sagt na ich collar clinician Ich bin sogar im Lauf. Wir haben Milchfutter hergestellt, also wir können eigentlich nicht den Viehtransporter. Das Feld beackern, weil der Sterne macht ja nix. Ich bin gut. Das ist noch voll zu wehsam, oder? Wir haben Milchfutter hergestellt, also wir können eigentlich nicht mehr. Ich bin Koppwerk auf. Oder willst du warten, bis Oskar rast? Erstens das und zweitens das alles, die uns durch sind. Oskar ist ja schon drauf, der regelt nur nicht. Ja, der ist später da. Ja, ja, aber der hat es schon verrückt. Ich weiß, da haben wir keinen Sinn. Da ist ein Fremder. Oder willst du warten, bis Oskar rast? Da ganz hinten, rechts, auf dem großen Hügel. Der Oskar ist ja schon drauf. Wollen Sie mich? Nee. Nee. Da ist ein Fremder. Ja, ich bin auf dem Feld. Da ganz hinten, rechts, auf dem großen Hügel. So, auf geht's. Nee. Nee. Das geht jetzt, glaube ich, noch. Ich fehl noch. Na ja, alles gut. Ich fahr schon mal die ersten Kürchen. Dann gibt mal das letzte Geld auch noch. Ne. Ja. Aber das ist ja Investition in unsere Zukunft. wir machen ja wieder geld das was du an siehst das wird ja komplett zu gelten und gras können wir ja auch dann noch mal wir haben ja erst mal wenig zu laden ich hab mal das letzte geld auch noch seit heute vormittag hat sich meine pläne fürs wochenende mit livestream und so weiter auch schon wieder erledigt wir haben bei uns drei die sich krank gemeldet haben jetzt darf ich halt in den spieldienst gehen weil sonst geht das nicht weil wir das anders nicht abdecken können seit heute vormittag hat sich meine pläne fürs wochenende live stream und so weiter ein bescheidener job weil es halt da nicht ohne geht aber ich habe jetzt eben halt wie gesagt das glück und die möglichkeit dass ich jetzt am 1.8 den vertrag bei denen habe und nicht mehr in der zeit dass es irgendwann wird es mal geben dann gehen ja du wirst nicht mehr so als die arbeit bleibt ja die gleiche wahrscheinlich gelten ist ja ja es naja wahrscheinlich gelten ein bisschen mehr wenn ich viel geld verdienen möchte dann dürfte ich so einen beruf gar nicht machen aber das ist halt es ist auch kein stress nicht wirklich aber so ab und zu könntest du dann schon mal irgendwie ausflütteln ja ja es ist wenn ich viel geld verdienen möchte dann ja ihr habt die saatenmaschine doch noch gewisse letztes mal ja das ist halt doch mit dem stress nicht wirklich aber ich wollte sich tausend ok ich habe gesagt ich habe jetzt angesehen muss aber sagt und bin er holen der reife also muss gleich links rein rechts rein du hast zurück und dann auf der ja ja ich der onkel der onkel horst steffen der fährt hier gleich mit der sähmaschine über die fresse ich zeige doch anstand ich bin live ich habe das problem dass jedes mal wenn ich aufnahmen machen mit obs die erste aufnahme funktioniert mit starten und stoppen und bei der nächsten kannst du das programm nicht mehr starten ich muss ich muss dann obs schließen dann muss ich noch in den taskmanager rein muss das da auch noch schließen und dann kann ich neu starten ja ich bin ich weiß nicht wo das problem ist ich habe das problem dass jedes mal wenn ich aufnahmen mache die erste aufnahme funktioniert mit starten und stoppen bei der nächsten kannst du das programm nicht mehr starten ich muss dann obs schließen dann muss ich noch in ich starte jetzt auch erst mal ja hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge über leistung sagen würde aber hier ist eine folge aufruf bergmann und mit dem kompletten als die creme de la creme ist dabei ich bin hier bei den tieren also wie geht es hier noch gut bist du dann zu unserem aufruf bergmann leute bei ihnen sind es nur aufnahmen bei mir gibt es alles live wenn ihr das jetzt seht wenn ihr das jetzt seht ich muss mir helfen ja jetzt mal helfen ja ja da guckst du doof ne arbeitest du ja da guckst du Hilft auch mal, komm. Tiere ist unser Ding, ne? Du warst ja Mittwochleistung schon. Ja, mit Tieren haben wir es so, ne? Vor allem dein Strecken. Warum hat sich seine Tierzucht schnell vergrößert durch ihn? Ja, eigentlich ging es eher um Minimierung, aber... Die Hühner waren schnell durchbinden, ja. Ich hab's gehört. Die Hühnerfrust war fertig produziert. Meine sehr werten Damen und Herren, ab sofort ist dieser Livestream nur noch ab 18. ...vergrößert durch ihn. Ja, eigentlich ging es eher um Minimierung, aber... Ist ja nach 18 Uhr. Oh, das ist ein Buller. Oh, den Bullen wollte ich gar nicht. Ich glaub ich nicht, oder? Das waren Bullen. Die geben zwar auch nicht, aber weiter. Meine sehr werten Damen und Herren, ab sofort ist dieser Livestream nur noch ab 18. Vergrößert durch ihn. Ja, es gibt, glaub ich, eine F-Taste, wenn man die Person oder anhat, kann man das gucken und... Oh, den Bullen wollte ich gar nicht. Hast du mal, wie ist sie denn? Ja, in jedem Fall auch nicht. Also, wenn du gar nichts zu tun hast, Oskar, ne? Da fällt 60 in die Liese. 16 ist ja unsere, da stehen ein paar Bäume. Also, ne? Das Budget ist nur ein Grad gering. Ja. Da ist die F-Taste, wenn man die Person oder anhat. Ja, die auf jeden Fall. Das macht der Steffen, der hat ja sonst nichts zu tun, außer den Sprit zu verhaken. Aber eigentlich nicht. Das muss ich vielleicht raus. Das muss ich vielleicht raus. Ich weiß es nicht. Aber das sind doch eigentlich mehrere Gehege. Oder gibt's ein Gehege? Vielleicht hier? Guck mal, das sieht nach dem Ladeplatz aus. Aber eher zum Entladen. Ja. Was macht der Steffen? Der hat das sonst nicht zu tun, außer den Sprit zu verhaken. Ja, eigentlich nicht. Da hat sich die Trigger haben. Und abholen kannst. Ich glaube, es geht ja noch nicht mal. Ich habe es ja auch versucht. Es ging ja noch nicht mal. Halt! Hierwarrer hier vorne. Hier hat ein Trigger. Vielleicht fährt. Zum Entladen. Das ist ja ein Pferd, oder? wobei vielleicht können wir da ja aussehen trecker habe ich hier egal ich habe ich habe jetzt muss ich erst mal gucken welche 50 tiere ich da holsteiner war glaube ich weiß kalt und kalt doch gleichzeitig ja richtig schnell genug erst mal kalt jetzt schon zwei jahre die dürfen maximal fünf jahre werden das ist noch vorher abgeben sechs stunden ein gestalt da habe ich gelesen der pdf guck mal ob ich ein beifahrer macht das klappt aber wir haben dann noch nicht auch immer über hier ist gar kein system aber ich glaube ich erst eine werkstatt weil wir haben den modell zu kappel zu den jährigen kühlen maximal die sind angeschnallt also wissen wir auch das ist jetzt die beste welt wie es so meine damen und herren du wolltest was sagen damen und herren hast du weißt du damals also ja statistik sagt nein ich weiß darf ich auch nicht sagen weil hin und wieder kurz gucken ja doch zwei drei dame zu ja die ersten folgen ganz gut gesehen also was wir sagen und haben ja auf jeden fall zwei stelle wir haben ja noch keine wohnen gezeigt aber jetzt die ersten für die kalten und kalten können das ist schon ein highlight wir haben der pflegeweifung hat oder auch was ja die erste sagen das ecker also anhänger und so was haben wir auch wenn wir uns haben ist glaube ich nicht drauf also wenn wir die richtung was brauchen muss dann gescheitzt was da holst bei mir umhauen das ist ja das was wir haben dann haben wir zwischen den feldern die wir haben ist ja nicht viele bäume also die grünstreifen der da hoch geht ja ich unterstütze die das geht jetzt auch mehr missionen wenn einer gar nichts zu tun hat das geht jetzt mehr als eine mission stimmt das haben wir auch ich gucke das bilder ja ich war vor der will ich dachte auch scheiße welche mocks waren das ich ganz habe nachgedacht ich war schon kurz vorm bürgen aus und dann fies mir ein gut hier ist jetzt nämlich hat jetzt die stärkste habe ich aufaden das heißt über 90 gar nichts das danke auch die wochen rein können packen bin ich von den kämpfen genommen und das ihn das macht du hast auch da wird sie ein kleines stückchen schneiden ich rede mit oscar das ist ja ein kleines stückchen schneiden nehmt euch einen anhänger oder den hänger von auch aber wir hatten schon schlimmer aber wir werden uns noch vorarbeiten wir hatten schon schlimmer aber wahrscheinlich werden sie sich nicht haben auf jeden fall ich werde sie warten da war glaube ich dieser kleine und das steht da, ne? Ach, das ist alles so nostalgisch. Zum Fürchen, ne? Wahrscheinlich hat er ja den Sieg momentan nicht auf jeden Fall. Ich bin auf Futterräume an, Egon, war. Das haben wir schon auch, der steht was mit dem Tank. Der macht auch dieser kleine, das steht auch, ne? Ach, das ist alles so nostalgisch. Sogar Waschplatz, ne? Neben dem Wasserplatz. Mh, nein, echt? Ja, der Wasser kennst du, ne? Ja, ich schon, aber du glaub ich nicht. Das ist also vollkommen übergewertet. Richtig. Ich glaub, wir müssen dann aufmachen und dann ging's los. Nee, auch nicht. Ja, ich hab, äh, ich muss meinen Wassertank im Kühlschrank aufnehmen. So, weil zu viel Eiswürfel benutzt. Genau. Ja, genau. So, wegen dir hat jetzt DHL auch diese Haustür-Gebühr eingeführt. Das kann sein, weil, als die den geliefert haben, die haben ja echt leid getan. Also, mit Verpackung mussten die 126 Kilo schleppen. Man hat ja zu viel Eiswürfel benutzt. Genau. Man hat ja damals schon gesagt, in der Schulzeit. Augenaufbau der Berufs, ja. Das kann sein. Ja, das kann sein. Das kann sein, weil... Das kann sein, weil... Also, mit Verpackung mussten die... Da hinten hinten, die Menge ist da hinten hinten, ist egal. Da muss nur ein rotes Fetchen nachher. Ach, warum? Man hat ja damals schon gesagt, in der Schulzeit. Aufmerksamkeit. Ich meine schon. Hier wäre ja noch ein offener gewesen. Da waren wir es lange nicht aufgelandet. Ein Startplatz. Eigentlich hängt da mal zwei hintereinander oder so. Das hat nur den Fremd. Nach hinten hinten ist es egal. Da muss nur ein rotes Mädchen nachher. Nach oben. Der U-Zefahrt hat ja, glaube ich, geliehen komplett. Ich habe es mit der Seemaschine geliefert. Ja, das hat... Das Problem ist halt, wie gesagt, bei diesen Missionen, wie man weiß, wenn wir jetzt zum Beispiel auch ausleicht, saatechnisch... Äh... Du musst die ganze Scheiße immer noch ausfüllen. Wenn jetzt nach wie zu dir dringend voll hinstellen gleich. Aber dafür kannst du schön, bevor du fertig machst, die übrige Saat hier auf dem Hof stellen. Ja, na, das mache ich ja sowieso. Aber... Ich traue mit einer Saatfüllung nicht hin. Ich sehe jetzt einmal rum und bin schon bei Dünger. unter 40%. Und bei Saat hier bin ich bei 40%. Und ich bin jetzt einmal um das Feld rumgefahren. Aber dafür kannst du schön, bevor du fertig machst, die übrige Saat zu machen. Überladen starten mit ihm. Ja, das mache ich ja sowieso, aber... Du musst jetzt echt in diese Mixer rein und dann überladen starten. Du musst jetzt echt in diese Mixer rein und dann überladen starten. Ich sehe jetzt einmal rum und bin schon bei Dünger unter 40% und bei Saat hier bin ich bei 40%. Und wenn du jetzt einmal um das Feld rumgefahren hast. dann kannst du sehen, bevor du fertig machst. Ich bin jetzt einmal um das Feld rumgefahren. Ich habe ja sowieso, aber... Du musst ja auch nicht in diese Mixer rein. Und dann wieder rein gehen. Also, ich habe jetzt... Oh, was? Dann gibt's ja da links. Das ist schon mal voll. Das ist schon mal voll. Ich habe doch da 6 Kühe reingepackt. hat die unterwegs verloren er hat die unterwegs aufgefressen dafür habe ich nicht bestätigt die sind noch im anhänger ich sage jetzt nichts sonst werde ich doch auf youtube gesperrt ich bin schon dank youtube millionär das wärst du gerne in seinen träumen gesagt sonst werde ich noch auf youtube gesperrt ich habe das gehört meine sehr verehrten damen und herren und zuschauer muss die dinger schon beim namen müssen jedoch besagen probier's doch eine ladung weg steffen ja wo ist denn der bohlenstall da ja auch was gut haben wir ja noch gar nicht nicht befluchtbar nichts ist hier in das ist schwarz-weiß kalt wo ostras lädt schon da ab wenn ich bringe erst mal weg aus da ist egal nicht befluchtbar so lassen wir uns mal hier so stehen wir müssen noch stroh hin dass wir nicht gehen das wäre nicht gehen das wäre nicht gehen wenn ich bringe erst mal weg aus wasser ist hier ist auch wasser in diesen behältern ich bräuchte eventuell jetzt gleich noch mal eine lieferung saaten zum feld das wäre es wäre effektiver nicht mehr lange haben wir eine erntemaschine ich kann mir auch vorstellen dass der hier nicht wasser geht dass der mit dem schlauch geht die wasserleitung wir haben diesen gülleschlauch eigentlich nicht dabei der ist ja freiwillig gewesen wir müssen hier doch schon wasser drin wir haben diesen gülleschlauch eigentlich nicht dabei ja wir dreh den kanten hoch also kann man hier ein drehteigsel hinstellen so reifeisen wo bist du hinten beim händler auf der straße gegenüber vom fliedhof rechts das ist ja auch nicht da es gibt einen großen teich ich weiß ja wann oben bei dem ich anschwein war glaube ich so und ein feld da irgendwo bist du hinten beim Händler auf der Strasse kriegen gegenüber der Teichstück der beim Reifeisen da ne Baum aufm Kopf hier kann doch besser werden danach ja ja glaub auch ja oder da die 20 ich weiß ja wann oben bei dem Schwein war glaube ich so ein Grundreifeisen da irgendwie ne hinten beim Händler auf der Robert da was kriegen der Teichstück der beim Reifeisen da ne Baum auf dem Kopf hier kann doch besser werden rechts da oben ach der See ja oder da wir werden es testen irgendwo werden wir Wasser kriegen wenn wir bohren müssen da haben wir schon mal eine Handbauer da raus das ist das da oben ach der ja ja wir werden es testen hier werden wir was wenn wir bohren nicht die geht weh die geht 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 fülle das gerät zuerst auf fülle das gerät zuerst auf ja das abdeck beschließen ja also hier wie gesagt bei der Reifeisen ist wirklich so ein wassersymbol ja das wassersymbol ja aber das wassersymbol haben wir bei uns auf dem Hof aber auch da steht auch unser wassersymbol hast du den wassertank aufgeklappt? ja wassersymbol hast du den wassertank aufgeklappt? ja wassersymbol zu kaufen ich dachte hier wäre alles auf dem Hof aber vielleicht müsste es ja doch vorm Händler rechts oder links rum nach links also vorm Händler nach links genau und dann rechts noch nach der Feuerwehr da ist der Metzger vorm Händler rechts oder links rum nach der Feuerwehr da ist die Feuerwehr zurecht jetzt fach ich nach links nach links nach links da ist der Metzger vorm Händler nach links rum nach links jetzt fach ich nach links jetzt fach ich nach links jetzt fach ich nach links die schläuche glaube ich findest du da drin wo dünner ist glaube ich ich habe sie gebläht wenn sie als erstes nicht hier gibt es auch den mt9 der war glaube ich dann für genau den steuereinnahmen verabschieden und heute bis dahin richtig und damit herzlich willkommen zu einer neuen bergmann auf der suche nach solchen und den steuereinnahmen also bei platzschutz aber die schläuche sind nicht das wichtige wahrscheinlich die mord haben wir ja auch nicht drauf weil transporten und ich dann noch nicht mehr halten und ich bin da jetzt oder mann wieder im weltstand ist nicht für die weide aber wie kann ich denn hier wahrscheinlich wort diversen keine schläuche zu ich bin am wasser dringend das geld das ist jetzt trecker wir sind auch keine stolze auf den dingern die halterung ja auch sind ich dachte vielleicht ich denke schon mal von dem anschluss her müssen die frage ist warum hier keine schlauch aber ich glaube das ist der anschluss nach dem wasser genau das ist ja es ist ein hof ausrüstungs pack ist man hier unter dem anhänger sind auch während die schubkarte und gerust hat das ist der anspruch nach einem einladen seiten Das war aber nur Empfehlung, also es gab einen Düngerschlauch, das ist schön, naja. Schwerer Verkehrsunfall. Ich kann mal zu dem See. Ich versuch's mal da. Der ist bei... ...Marsch der Heise. Also wo ist er? Ja, musst du mal gucken, wie haben wir die Tiere jetzt weiblich kalt? Das müssen wir ja dann Bullen haben, das bringt uns die ja nix. Oder kriegt man einen Bullen jetzt auch in den U-Stall hinein? Nee, die musst du ja extra oben in den Bullen-Stall da haben, dann rennen. Für uns viel zu viel. Die Tiere jetzt weiblich kalt. Das müssen wir ja dann Bullen haben, das bringt uns die ja nix. Das kommt was mit Bullen jetzt, oder? Hä, dreh doch mal um, genau, hier war doch Wasser. Die muss sehr extra oben in den Bullen-Stall da haben, dann rennen. den Traktor nicht drin versenken? Er wird nicht loserstätzt. Er ist nicht los. Er ist nicht los. Er braucht uns zu uns. Er wird nicht los. Er wird nicht loserstätzt. Ja, so fahr noch mal weiter. Ist doch gut, passt doch. Ja. 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 Die Kompassion. Die Kompassion. Ich probiere mal auf ihn geladen. Die Kompassion. Ich bin inzwischen durch die ganze Zeit. Aber er ist auf. Ja, ich fahre nochmal weiter. Ja. Und was man machen kann. Gelekt mal die Lenkmarke. Der Kompassion. Geht mal auf ihn geladen. Die Kompassion. vielleicht bei gelegenheit war das ding reinpacken schlauch ging es noch und ich habe gerade geschaut wer hat geschaut aber der minimi saß ja auch schon an dem trecker zum kleinen verteidigen der hat geschaut steffishausen und lag es ja auch an das war ja dann auch bei dem schlachthof ja kommt erschwert dazu wenn er in der hof nicht gehört worauf man wirtschaftet ist das lag erfolgt die arbeit nicht schnell genug deswegen ist es auch da ich habe über 100 wir hätten bedarf an paletten und anmassen ich habe das meine ladung über 100 jahre reichen wo war der waschplatz da wo ich noch sechs normale 6 so kalten reichen ja erstmal. Können wir das vielleicht irgendwo kaufen, diese Samenbank? Kann ich dir nicht sagen, so. Bei der Raschplatz? Das ist eine legitime Frage. Mach mal erstmal deine Maschine. Und Schiss. Können wir das vielleicht irgendwo kaufen, diese Samenbank? Vielleicht schon anfangen zu schubsen. Schubsen doch gar nicht. Eine legitime Frage. Ich weiß nicht, also ich bin jetzt hier zum Beispiel bei einer Station. Jetzt hier vielleicht Feld 12. Wegen eurer Wassergeschichte nochmal. Ja. Hier steht da so ein Manicum Piss. Und wenn ich für den hingehen, steht da einmal Schlauchbefüllung aktivieren. Und dann Triggerbefüllung aktivieren. Ach so, vielleicht musstest du den Trigger erst hin und musst den... Ich komm da mal hingefangen. Vielleicht ist das ja auch da unten. Das ist da unten. Ja, aber vielleicht ist das ja bei uns auch so. Das ist ja auch da unten. Ja. Ja. Soll ich schnell in den Bild? Soll ich in den Bild? Soll ich in den Bild? Und wollt ihr schnell anrufen bei der Samenbank? Ja, ruf mal an. Ich ruf da mal schnell an. Da soll ich doch mal einen abrufen. Ich ruf mal an. Du brauchst da mal ein bisschen Sprüche. Ja, ich hätte ja jetzt gesagt, Steffen, ich ruf mal bei der Giesel an. Vielleicht hast du ja Lust zu melden. Ja, frag ihn doch mal. Ja, ich hab ja die Bullen gesehen. Ich geh nicht. Ich muss ja nur mal Hand ansehen. Hör auf, Herr Müller. Du musst unbedingt da wieder aufhören. Ich hab die Bilder in meinem Kopf. Unmöglich. Du bist nur wieder unmöglich, Steffen. Ich schau grad Scham, das ist die Serie. Von daher vielleicht... Ja, frag ihn doch mal. Irgendwas muss er lieben. Spür ich was weiß Kalben? Dann nehm ich jetzt die Holsteiner. Die ganz normalen. Ich hab's nicht mehr. Ich hab's nicht mehr. Ich hab's nicht mehr. Du musst unbedingt damit aufhören. Du musst immer den Klammer aufhören. Du musst die Bilder in meinem Kopf. Unmöglich. Du bist nur wieder unmöglich. Ich schau grad Scham, dass die Serie eigentlich von daher... Feld 4 ist fertig. Er war schnell für den Bullen, ne? Feld 4 ist fertig mit Soja Bullen, ne? Das war schnell für den Bullen, ne? Feld 4 ist fertig mit Soja Bullen, ne? Servus, jung. Hallo Bullen. Kann ich von euch mal so ne Handvoll haben? Nein. Was hast du damit aufhören? Ach, du bist so eklig. Ach, ich geh mal eben in... Ich geh mal eben in... Ich geh mal eben in... Ich geh mal in... ... ich geh mal in... Ach, ich geh mal in... Ich geh mal in... ... aber ich glaube so was sinngemäßes... ... wird uns ja auch schon gesagt... Ich hab gesagt, äh... Ich war bei dem Bullen, hab gesagt... ... kann ich mal ne Handvoll oder euch haben... Nein, das leider können wir dich nochmal wiederholen... ... mitgekommen oder haben sie gesagt... ... nö, mal schau dir das... Wir haben gesagt, die brauchen einen Sprungbock dafür. Wir brauchen hier auch so eine separate Kabine. Ich war bei den Bullen und habe gesagt, kann ich mal eine Antwort holen. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal zwölf. Äh, wieso? Ne, ich muss gerade mal was... Wie kommt der denn darauf? Das habe ich doch überhaupt gar nicht so eingegeben. Ich muss den Titel mal schnell ändern. Wo mache ich... Ja, wo mache ich denn das? Wieso? Was von YouTube? Ja, ich... Ne, ich muss gerade mal was... Ne, ich muss gerade mal was... Äh, ich muss gerade mal was... Äh, ich muss den Titel mal schnell ändern. Boah! Stimmt, da hat er das hier... Ja, es tut mir leid. Ja, ich weiß nicht... Ja, aber ich hatte... Aber ich hatte da... Ja, hier steht da bei Landwirtschaftssimulator 19 in Titel erforderlich. Boah! Stimmt, da hat er das hier... Ja, das macht den zugewacht. Aber warum... Das verarschen. Ja, es tut mir leid. Wenn ich auf Einstellung bearbeite, hier steht da... Landwirtschaftssimulator 19... Ich weiß nicht... Ja, aber ich hatte... Community-Projekt. Aber ich hatte da... Ja, hier steht da bei Landwirtschaftssimulator 19 in Titel erforderlich. Ja, es tut mir leid. Boah! Boah! Stimmt, da hat er... Doch, eigentlich schon. Aber warum... Da müsste ich das ja hier bei... Bei Streamlabs auch ändern können, oder? Einstellung bearbeiten, hier steht da... Ja, aber geht ja nicht. Ja, aber geht ja nicht. Ich hab... Ich hab doch gesagt, ich habe den Titel hier stehen. Vielleicht steht da bei Landwirtschaftssimulator 19 in Titel erforderlich. So, müssen wir jetzt mal eben noch Butter auffüllen. Ja, es guckt ja jetzt Ecke dazu, da kannst du im Nachhinein erinnern. Ja, es ist aber ein lächerliches... Ja, es ist aber ein lächerliches... Ja, es ist aber ein lächerliches... Ja, da müsste ich das ja hier bei... Bei Streamlabs auch ändern können, oder? Einstellung bearbeiten, hier steht da... Ja, aber geht ja nicht. Ja, komm hier mit. Ich hab... Ich hab doch gesagt, ich habe den Titel hier stehen. So, müssen wir jetzt mal eben noch Butter auffüllen. Ja, es guckt ja jetzt Ecke dazu, da kannst du im Nachhinein erinnern. Ist da denn auch so ein Trigger mit Befüllen, automatisch Trigger und... Ja, es ist aber ein lächerliches... Ja, es ist aber ein lächerliches... Da müsste sich das ja hier bei Streamlabs auch ändern können, oder? Ja, es ist ja auch ein Einstellung bearbeiten, hier steht da... Ja, aber geht ja nicht. Ja, aber geht ja nicht. Ja, aber geht ja nicht. Ich hab doch gesagt, ich habe den Titel hier stehen. So, müssen wir jetzt mal eben... Ja, egal was da auffüllen, äh... Ich kann den auch nicht befüllen. Ist da denn auch so ein Trigger mit Befüllen, automatisch Trigger und... Ja, genau, genau. Ich stehe ja hier oben bei Feld 12 hier oben. Hast du es denn jetzt auf automatisch Trigger bestellt, oder? Ja, auf, genau. Auf Trigger habe ich gestellt. Lieg auf Schlauchbefüllung, aber... Ich hab doch gesagt, ich habe den Titel hier stehen. Ja, egal was da auffüllen... Vielleicht geht es mit den Kühen genauso. Ja, ich stehe ja hier oben bei Feld 12 hier oben. Ja, genau, genau. Ich stehe ja hier oben bei Feld 12 hier oben. Ähm... Ich falle es erst mal zum Post. Hast du jetzt auf automatisch Trigger bestellt, oder? Ja, auf, genau. Auf Trigger habe ich gestellt. Lieg auf Schlauchbefüllung, aber... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Stroh für die... Für die Viecher. Ja, das ist... Du wollen, wie sie geht. Vielleicht geht es mit den Kühen genauso. Dass ich auf Triggerbefüllung mache. Zu Not und nicht, müsstest du zur nächsten Aufnahme dieses Schlauchsystem mit reinpacken. Ja, ich stehe ja hier oben bei Feld 12. Ähm... Also damit funktioniert es dann definitiv. Ja, auch genau. Na, definitiv würde ich nie sagen, aber... Die Wahrscheinlichkeit ist groß, ja. Für die Viecher. Aber Oskar hat ja auch gerade was gesagt. Es müsste auch ohne gehen. Er hat es ja auch irgendwo her. Zu Not und nicht. Zunächst Aufnahme dieses Schlauchsystem. Das würde ja sowas nicht machen. Ja, hier oben. Und die wäre es damit hier. Funktioniert es dann definitiv. So einmal ist das. Ja, genau. Na, definitiv würde ich nicht sagen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist groß, ja. Bestätigen so. So. Aber Oskar hat ja auch kein was gesagt. Es müsste auch ohne gehen. Und hier ist es nicht mit Staubbefüllung, nicht Staubbefüllung. Na definitiv für die Wahrheit sein. Aber die Wahrscheinlichkeit ist groß. Bestätigen nur chatten. So. Aber Oskar hat ja auch kein was gesagt. Ach ja. So. Heuer frei. Hier ist es nicht mit Staubbefüllung, nicht Staubbefüllung. Ich war sowas immer noch nie von diesen Wasserfässern hier so begeistert auf der Map. was kommst du bald mal aus der kneipe das welt ist fertig muss ich nur sagen was darauf sollten das ist fertig aber da steht noch ein fass hier bei den gülle aber da steht noch ein fass hier bei den gülle das ist auch schon ganz gut klappen ja vielleicht hilft das ja aber ich glaube das war ja nicht ich glaube ja nicht die uhrmarken die bürger für ein brumachen das stimmt wasser fehlt ja auch noch da naja ich bin auch da dran wasser gibt ja kein trick dafür